Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, herzlich willkommen am Laurentius-Siemer-Gymnasium im Saterland. Schön, dass ihr bei uns reinschaut. Mein Name ist Klaus Finstholzl, ich bin der Schulleiter und ich möchte euch davon überzeugen, dass unsere Schule ein absolutes Sahnestück ist. Damit ihr euch einen ersten Eindruck machen könnt, haben wir einige Fotos für euch zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind eine kleine Schule, in der wir uns umeinander kümmern und aufeinander achtgeben. Wenn ihr euch bei uns anmeldet, könnt ihr angeben, mit wem ihr gerne in eine Klasse kommen möchtet. Das klappt fast immer. Auf diese Weise behaltet ihr eure Freundschaften aus der Grundschule und lernt neue Freunde kennen. Wir kümmern uns darum, dass ihr euch von Anfang an bei uns wohl fühlt. Deshalb bekommt ihr für die fünfte und sechste Klasse gleich zwei Klassenwerkkräfte. Wir gestalten mit euch die Kennenlerntage, helfen euch bei Fragen und Problemen und sind auch sonst für euch da. Wer möchte, kann ab dem fünften Jahrgang in der sogenannten Bläserklasse musizieren. Vorkenntnisse braucht ihr dafür keine. In der Bläserklasse lernt ihr wöchentlich in zwei Musikstunden und einer weiteren Instrumentalstunde ein Instrument spielen und musiziert im Klassenorchester. Beim jährlichen Schulkonzert zeigen dann alle Bläserklassen, was sie gelernt haben. Das ist der absolute Wahnsinn! Ab der sechsten Klasse lernt ihr als zweite Fremdsprache Französisch oder Latein. Damit ihr in Ruhe überlegen könnt, welche Sprache am besten zu euch passt, müsst ihr euch nicht gleich bei einer Anmeldung festlegen. Erst einmal sollt ihr bei uns ankommen. In der fünften Klasse stellen wir euch dann beide Sprachen vor und beraten euch und eure Eltern bei der Wahl. Für die Klassenzusammenstellung hat die Sprachen bei keine Auswirkung, denn der Unterricht in Französisch und Latein findet zeitgleich in unterschiedlichen Raumen statt. Wir sind eine offene Ganztagsschule. Wer möchte, kann nachmittags an einem der Angebote teilnehmen. Die Kurse sind freiwillig und kostenlos und werden meistens von Lehrkräften, manchmal auch von älteren Schülerinnen und Schülern geleitet. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Weitere Informationen und die Anwendung der Unterlagen findet ihr auf unserer Schul-Homepage. Wir haben da einiges für euch zusammengestellt. Guckt doch einfach mal durch. Wenn ihr Fragen habt, ruft gerne an oder noch besser, kommt doch einfach vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns beim Informationstag am 30. April zwischen 39 und 12.30 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. So, die Kamera läuft. Jo, da mal zu. Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen findet ihr... Oh, Entschuldigung. Wir haben da ein Problem mit dem Licht, Herr Lottermann. Ne, du musst jetzt von vorn... Bist du von vorn angefangen? Ja, sicher. Entschuldigung, der Kameramann schlägt. So, bitte. Nein, man fällt... Guckt doch einfach mal, was euch davon... Ach, Quatsch. Was euch davon gefällt, was ihr davon brauchen könnt. Guckt euch doch mal. Weitere Informationen findet ihr auf unserer... Ich muss auch die Blumen wieder drauf haben. Besser ist das. Mir fällt jetzt erst auf, dass die Blumen ganz einseitig essen. Andere wächst sie gar nicht. Und... Action. Ich hoffe, wir sehen uns am Informationstag am 30. You can start. Okay, stimmt doch gar nicht. Wir sind eine kleine Schule. Oh Mann, eine kleine Schule, in der jeder, wer wir, in der wir aufeinander. Oh, es läuft. Auf geht's. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern. Herzlich willkommen am Laurentius Siemer Gymnasium im Satterland. Schön, dass ihr bei uns reinschaut.